Trainingszoff beim BVB. Borussia Dortmund ist schon heiß auf den Saisonauftakt. Kurz vor Ende des Trainingslagers in Bad Ragaz sind die Gemüter von Ousmane Dembélé und Roman Bürki allerdings etwas zuerhitzt. Am 19. August geht es für den BVB wieder los in der Bundesliga. Spätestens dann werden die Streithähne wieder gemeinsam an einem Strang ziehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017